Augustinus Confessiones Buch 1 Kindheit 1 Groß bist du, Herr, und hoch zu loben, groß ist deine Macht, deine Weisheit ist unerforschlich. Und dich zu loben wagt der Mensch, ein winziger Teil deiner Schöpfung, der Mensch, der mit sich trägt seine Sterblichkeit, der mit sich trägt den Beweis seiner Sünde und den Beweis, dass du den Stolzen entgegentrittst. Dennoch, dich zu loben wagt der Mensch, ein winziger Teil deiner Schöpfung. Du selber treibst ihn dazu an, damit es ihm gefällt, dich zu loben. Denn du hast uns auf dich hingeschaffen, und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Lass mich, Herr, doch erkennen und einsehen, was zuerst kommt, dich anzurufen und dann dich zu loben, oder zuerst dich zu erkennen und dann dich anzurufen. Aber wer ruft dich an, ohne dich zu kennen? Denn er könnte ja, wenn er dich nicht kennt, das eine für das andere anrufen. Aber ruft man dich nicht an, um dich zu erkennen? Es heißt doch, wie sollen sie den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Den Herrn sollen preisen, die ihn suchen. Denn wenn sie ihn suchen, werden sie ihn finden, und wenn sie ihn gefunden haben, werden sie ihn loben. Ich will dich suchen, Herr, indem ich dich anrufe, und ich will dich anrufen, indem ich an dich glaube. Denn verkündet wurdest du uns, der Glaube, Herr, den du mir gegeben, den du mir eingehaucht hast, durch die Menschheit deines Sohnes und durch das Amt deines Verkünders, er soll dich anrufen. Zweitens. Wie aber soll ich meinen Gott anrufen, meinen Gott und Herrn? Denn ihn anrufen heißt ja, ihn in mich hineinzurufen. Wo wäre Raum in mir, in dem mein Gott einziehen könnte? Wo könnte Gott in mir Platz nehmen, der Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat? Ist denn mein Herr und mein Gott etwas in mir, was dich fassen könnte? Oder Himmel und Erde, die du geschaffen und in denen du mich geschaffen hast, fassen sie dich? Oder folgt daraus, weil kein Sein, das ohne dich besteht, das alles, was ist, dich auch fassen kann? Denn auch ich bin ja. Was bitte ich dich dann in mich hinein, der ich nicht da wäre, wenn du nicht in mir wärst? Denn noch nicht bin ich zur toten Welt hinabgefahren, obwohl du auch dort bist, denn es heißt ja, steige ich auch in die Unterwelt hinab, bist du zugegen. Ich würde also nicht existieren, mein Gott, in keiner Weise gäbe es mich, wenn du nicht in mir wärst, oder, besser gesagt, ich würde nicht existieren, wenn ich nicht in dir wäre, aus dem alles, durch den alles und in dem alles besteht. Ja, so ist es, Herr, so ist es. Wohin also rufe ich dich, da ich doch schon in dir bin? Von woher kämst du auch in mich hinein? Wohin müsste ich von Himmel und Erde ausweichen, damit mein Gott in mich hinein käme, der da gesprochen hat? Bin nicht ich es, der Himmel und Erde erfüllt? Und drittens, fassen dich dem nach Himmel und Erde, weil du sie erfüllst, oder erfüllst du sie, und es bleibt dein Rest, weil sie dich nicht ganz erfassen? Aber wohin fließt du über mit deinem Rest, wenn Himmel und Erde erfüllt sind? Oder brauchst du, der du alles enthältst, von mir gar nicht enthalten zu werden, weil du das, was du erfüllst, dadurch erfüllst, dass es in dir enthalten ist? Nicht feste Gefäße geben dir einen Halt, denn du würdest nicht ausgeschüttet, wenn sie zerbrechen. Wenn du dich über uns ergießt, so fällst du nicht nieder, sondern hebst uns empor. Du zerstreust dich nicht, sondern sammelst uns ein. Aber alles, was du erfüllst, erfüllst du es nicht mit deinem ganzen Wesen? Oder ist es so, dass die Dinge, die dich als ganz nicht fassen können, einen Teil von dir fassen und alle den gleichen Teil? Oder die Einzelnen einen Einzelteil, einen Größeren die Größeren, einen Kleineren die Kleineren? Oder bist du überall der Ganze und kein Ding fasst dich als den Ganzen? Viertens. Was bist du somit, mein Gott? Was denn anders als mein Herr und mein Gott? Denn wer ist Herr außer dem Herrn? Wer ist Gott außer unserem Gott? Du Höchster, Bester, Mächtigster, Allmächtigster, Barmherzigster und Gerechtester, Du Geheimster und Offenbarster, Schönster und Stärkster, Du Beständiger und Unfasslicher, Du Unwandelbarer, der alles wandelt. Nie bist du neu, nie bist du alt, der du alles erneuerst, der du die Stolzen veralten lässt, und sie merken es nicht. Immer wirkst du und ständig ruhst du. Du sammelst, ohne eines Dinges zu bedürfen, stützend, erfüllend, beschützend, schaffend, ernährend, vollendend, auf der Suche, obwohl dir nichts fehlt. Du liebst, aber du entbrennst nicht. Du eiferst, aber ohne Unrast. Du bereust, aber ohne Schmerzen. Du erzürnst, aber du bleibst friedlich. Du änderst deine Werke, aber nicht deinen Plan. Du wirkst bei dir das Gefundene, das du nie verloren hattest. Du entbärst nichts und freust dich doch über den Gewinn. Du bist nicht geizig und verlangst doch Zinsen. Man erstattet dir über das Geschuldete hinaus, sodass du zum Schuldner wirst. Aber wer hätte etwas, das nicht schon dir gehörte? Du zahlst Geschuldetes, ohne jemandem zu schulden. Du lässt die Schulden nach, ohne etwas zu verlieren. Was haben wir mit all dem gesagt, mein Gott, mein Leben, mein Heiligköstliches? Was kann einer schon sagen, wenn er von dir spricht? Doch wehe denen, die dich verschweigen, denn voll Rätseligkeit bleiben sie doch stumm. 5. Wer hilft mir, Ruhe zu finden in dir? Wer hilft mir, dass du in mein Herz kommst und es trunken machst, dass ich meine Bosheiten vergesse und dich mein einziges Gut umfange? 6. Was bist du mir? Erbarme dich, damit ich reden kann. Was bin ich selber dir, dass du von mir geliebt sein willst und, falls ich es unterlasse zu lieben, mir zörnst und mir mit einem schrecklichen Unheil drohst? Ist das nur ein kleines Elend, wenn ich dich nicht liebe? Ach, sag es mir aufgrund deines Erbarmens, mein Herr und mein Gott, was du mir bist. Sag zu meiner Seele, dein Heil bin ich. Sag es so, dass ich es vernehme. Siehe, meines Herzens Ohr ist bei dir, Herr. Öffne es und sag zu meiner Seele, dein Heil bin ich. Dieser Stimme will ich nacheilen, um dich endlich zu fassen. Verwirkt dein Antlitz nicht vor mir. Ich möchte sterben, nicht um zu sterben, sondern um dein Antlitz zu sehen. 6. Zu eng ist das Haus meiner Seele, als dass du es betreten könntest. 7. Dehne du es aus mit dir. 8. Baufällig ist es, stelle du es wieder her. 9. Manches daran kann dein Auge beleidigen, ich gebe es zu. 10. Ich weiß es, aber wer soll es reinigen? 10. Zu wem anders als zu dir kann ich rufen, 11. Von meinen verborgenen Sünden reinige mich, Herr, und vor Fremden bewahre deinen Knecht. 11. Ich glaube, und deshalb rede ich so. 11. Du weißt es, Herr, habe ich dir nicht gegen mich selbst meine Vergehen erzählt, mein Gott, und hast du mir nicht das Unrecht meines Herzens vergeben? 12. Ich streite nicht mit dir, der du die Wahrheit bist. 13. Ich will mich nicht selbst betrügen, damit meine Bosheit sich nicht selbst belügt. 14. Nein, ich gehe nicht mit dir vor Gericht, denn wenn du, Herr, auf unsere Missetaten achtest, Herr, wer könnte dann noch bestehen? 15. Lass mich dennoch reden angesichts deiner Barmherzigkeit, mich Staub und Asche, lass mich dennoch reden, denn siehe, ich rede zu deiner Barmherzigkeit und nicht zu einem Menschen, der über mich spottet. Auch du könntest vielleicht meiner spotten, aber wende dich mir zu, dann wirst du Erbarmen haben. Was soll ich dir denn sagen, Herr, dass ich nicht weiß, wie ich in dieses, wie soll ich sagen, sterbende Leben oder lebendiges Sterben gekommen bin? Ich weiß es wirklich nicht. Doch die Wohltat deines Erbarmens fing mich auf, wie die Eltern meines Fleisches mir sagten, mein Vater und meine Mutter, aus dem und in der du mich in der Zeit geformt hast. Ich selber habe ja keine Erinnerung daran. Die Wohltat menschlicher Milch fing mich auf, aber weder Mutter noch Ammen füllen sich selber die Brüste. Du gabst mir durch sie die Nahrung des Säuglings, gemäß deiner Ordnung und gemäß deinem bis ins kleinste gespendeten Reichtum. Deine Gabe war es auch, dass ich nicht mehr begehrte, als du ihnen gabst. Aufgrund einer gut geordneten Neigung wollten sie mir geben, was sie dank dir in Fülle besaßen. Ein Gut war für sie, was durch sie für mich gut war. Es kam nicht von ihnen, aber durch sie zu mir. Denn von dir, Gott, stammt alles Gute, aus meinem Gott stammt all mein Heil. Erst später habe ich erkannt, dass du mich durch das, was du mir innen und außen darreichst, gerufen hast. Erst, damals wusste ich bloß zu saugen und dann mit Genuss zu ruhen, auch zu weinen, wenn mein Fleisch missbehagend fühlte. Sonst nichts. Achtens, dennoch begann ich auch zu lächeln, zunächst im Schlaf, dann im Wachen. So wurde mir berichtet über mich selbst. Ich habe es geglaubt, weil wir es so auch an anderen Kindern wahrnehmen. An mein Leben damals kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber allmählich fühlte ich, wo ich war, und gerne hätte ich den Menschen meine Wünsche kundgetan, die sie erfüllen konnten. Aber ich vermochte es nicht, weil die Wünsche in mir waren, die Menschen aber draußen, die mit keinem ihrer Sinne in meine Seele eindringen konnten. Deshalb schlug ich um mich, mit Händen und Füßen wie mit Worten, die wenigen Zeichen, die meinen Wünschen ähnlich sein mochten, und die ich eben vermochte, soweit ich es vermochte. Denn sehr ähnlich waren sie meinem wahren Willen nicht. Wenn man mir dann nicht nachkam, sei es aus Unverständnis, sei es aus Vorsicht, so war ich erbost gegen die nicht gehorsamen Erwachsenen und gegen die nicht dienstbereiten Freien, und ich rächte mich an ihnen durch Heulen. Dass Kinder sich so verhalten, habe ich an denen gesehen, die ich sehen konnte, und dass auch ich so gewesen bin, haben diese mich unwissentlich mehr gelehrt als meine wissenden Ernährer. 9. Ja, jetzt ist meine Kindheit schon lange tot. Ich aber lebe, Herr, du, in der du immer lebst, da nichts in dir stirbt, weil du vor dem Beginn der Zeiten bist, und vor all dem, was früher genannt werden kann, du bist und bist Gott und Herr von allem, was du geschaffen hast. In dir haben die Gründe alles Unbeständigen festen Stand. In dir bleiben die Ursprünge alles Veränderlichen unveränderlich, in dir leben die ewigen geistigen Ideen aller ungeistigen und zeitlichen Dinge. Sage mir, deinem Bittsteller, du Gott, du Erbarmer deines Erbärmlichen, ob meine Kindheit einem schon von mir abgelebten Dasein nachgefolgt ist, oder hat mein Dasein erst im Schoß meiner Mutter begonnen? Denn auch davon erfuhr ich einiges, und ich habe selbst schwangere Frauen gesehen. Aber was war ich vor der Kindheit, du, meine Wonne, mein Gott? War ich irgendwo? War ich jemand? Ich habe keinen, der mir darauf antworten könnte, weder Vater noch Mutter, noch die an anderen gemachten Erfahrungen, noch mein Gedächtnis. Oder verlachst du mich, weil ich solche Fragen stelle, und ermahnst du mich, dich nur für das, was ich weiß, zu loben und zu preisen? 10. Ich verherrliche dich, Herr des Himmels und der Erde, ich singe dir das Lob über meinen Anfang und meine Kindheit, an die ich mich nicht mehr erinnere. Du hast den Menschen die Fähigkeit gegeben, von anderen Menschen Aufschluss zu erhalten über das, was er war, und auf das Zeugnis einfacher Frauen hin vieles von sich zu glauben. Denn ich war da und lebte damals. Ich suchte, fast noch als Säugling, anderen meine Empfindungen durch Zeichen kenntlich zu machen. Woher stammt ein solches Lebewesen, wenn nicht aus dir, o Herr? Wer besäße die Kunst, sich selbst zu erschaffen? Gibt es eine andere Quelle, aus der Sein und Leben sich in uns ergießen, außer, dass du uns schaffen willst, Herr, für den Sein nicht das eine und Leben das andere ist, weil das höchste Sein und das höchste Leben in eines zusammenfallen? Denn du bist der Höchste, du änderst dich nicht, in dir geht kein heutiger Tag zu Ende. Dennoch geht er in dir hin, denn all dieses ist auch in dir. Er wüsste den Weg des Vergehens nicht, wenn du ihn nicht in dir enthalten würdest. Und da deine Tage nicht enden, sind deine Jahre nur ein einziger Tag. Durch diesen, deinen heutigen Tag, sind wie viele unserer Tage, wie viele Tage unserer Väter schon hindurchgegangen und haben ihr Maß und ihr Dasein erhalten, und andere werden darin hingehen und gleichfalls ihr Maß und ihr Dasein erhalten. Du aber bleibst, der du bist. Alles, was morgen kommt und später, alles, was gestern war und früher, du wirkst es heute. Was kümmert es mich, wenn einer das nicht versteht? Auch er soll sich freuen und sprechen, was ist das? Er soll sich auch so freuen und besser soll er dich im Nicht-Finden finden, als im Finden, dich nicht zu finden. 11. Höre, O Gott, wehe über die Sünden der Menschen. Und das sagt ein Mensch, und du erbarmst dich seiner, denn er ist dein Geschöpf, aber die Sünde in ihm hast nicht du geschaffen. Wer wird mir die Sünde meiner ersten Kindheit ins Gedächtnis rufen? Denn niemand ist von Sündereien vor dir nicht einmal ein Neugeborenes, dessen Leben nur einen Tag auf Erden gedauert hat. Wer erinnert mich? Tut das nicht schon jedes Kleinkind, wie klein es auch sei, an dem ich erblicke, woran ich mich selber nicht mehr erinnern kann? Was war meine Sünde damals? Mit Weinen nach der Brust zu gieren? Denn täte ich es heute zwar nicht nach der Brust der Mutter, aber mit Gier nach der meinem Alter entsprechenden Nahrung. Man würde mich auslachen und zu Recht kritisieren. Also tat ich damals etwas Kritikwürdiges. Aber da ich die Kritik nicht hätte verstehen können, verboten ihn weder Vernunft noch Sitte. Denn erst, wenn wir wachsen, verwerfen wir solche Taten und rotten sie aus. Doch sah ich noch keinen beim Reinigen etwas Gutes fortwerfen. Oder war es etwa eine Zeit lang gut, sogar unter Tränen nach Dingen zu verlangen, die man mir ohne Schaden nicht gewähren konnte? Böse und zornig zu werden mit freien Erwachsenen, ja mit den eigenen Eltern und anderen klügeren Leuten, wenn sie sich meinen Launen nicht fügen wollten, mit Schlägen ihnen so viel Schaden wie möglich zuzufügen, wenn sie mir einen Gehorsam verweigerten, der mir zum Unheil ausgeschlagen wäre? Demnach ist die Schwäche der kindlichen Glieder, nicht aber die Gesinnung der Kinder, das Unschuldige an ihnen. Ich selber habe einen eifersüchtigen Kleinen gesehen und ihn beobachtet. Noch konnte er nicht reden, aber bleich und böse schaute er auf seinen Milchbruder. Wer kennt das nicht? Mütter und Ammen behaupten, solche Fehler mit ich weiß nicht, welchen Mitteln überwinden zu können. Soll das wirklich Unschuld sein, an der Quelle der reich und überreich fließenden Milch den Bruder nicht zu dulden, der dieser einzig lebenserhaltenden Nahrung dringend bedarf? Man erträgt das geduldig, nicht weil es bedeutungslos und nichtig ist, sondern weil es mit wachsendem Alter vergehen wird. Wenn man es so auch hingehen lässt, würde man einen Erwachsenen bei einem derartigen Verhalten ertappen, es ginge nicht so gleichmütig ab. Zwölf Du also, mein Herr und mein Gott, hast dem Kleinkind mit dem Leben auch den Leib gegeben, den du, wie wir ja sehen, mit Sinnen begabt und mit Gliedern und reizender Gestalt geformt hast. Für seine Ganzheit und Gesundheit gabst du ihm alle Regungen eines lebendigen Wesens mit. Du willst, dass ich dich dafür lobe, dich bekenne und deinen Namen besinge, du Allerhöchster. Du bist der allmächtige und gütige Gott, selbst wenn du nichts anderes als dieses geschaffen hättest. Denn du allein kannst es schaffen. Du bist der Einzige, von dem alles Maß stammt. Du bist die schöne Gestalt, weil du alles gestaltest und ordnest nach deinem Gesetz. Diese Kindheit, Herr, die erlebt zu haben, ich mich nicht erinnere, die ich auf die Aussagen anderer Menschen und die Beobachtung anderer Kinder hin erschließe, ich mag sie, so zwingend die Annahme auch sein mag, nur ungern zu meinem Leben in der Welt rechnen. Was die Dunkelheit meines Vergessens angeht, gleicht es dem, was ich im Schoß meiner Mutter erlebt habe. Aber wenn ich in Schuld empfangen wurde und meine Mutter mich in Sünden an ihrer Brust genährt hat, dann frage ich dich, mein Gott, wo bitte, wo und wann war ich, dein Diener, jemals unschuldig. Aber ich will jetzt über diese Zeit hinweg gehen. Was habe ich jetzt noch mit ihr zu schaffen, da ich davon keine Spur mehr in mir finde? In 13 Bin ich dann nicht von der Kindheit aufgebrochen und ins Knabenalter gelangt? Besser gesagt, kam dieses Alter nicht in mich hinein und folgte auf die Kindheit? Nicht als wäre diese gewichen, denn wohin wäre die Kindheit schon gegangen, und doch war sie nicht mehr da. Ich war nicht mehr das sprachlose Kleinkind, sondern ein Knabe, der redete. Daran erinnere ich mich, doch wie ich sprechen lernte, davon erfuhr ich erst später. Es war kein Unterricht durch Erwachsene, die es mir in einem ordentlichen Lehrgang beigebracht hätten, wie bald darauf die Buchstaben, sondern ich lernte die Sprache mit dem Geist, den du, mein Gott, mir gegeben hattest. Mit Seufzern und verschiedenen Geräuschen und Gebärden wollte ich die Gefühle meines Herzens nach außen tragen, damit man mir zu Willen sei. Aber ich konnte nicht alles, was ich wollte, ausdrücken, auch nicht allen gegenüber, von denen ich es wollte. Ich behielt es im Gedächtnis, wenn Erwachsene einen Gegenstand benannten und sich entsprechend dem Laut auf die Sache zubewegten. Ich sah es und merkte mir, dass sie mit dem Laut das Ding bezeichneten, das sie mir zeigen wollten. Dass sie es wollten, wurde aus ihrer Körperbewegung klar, die gleichsam die Natursprache aller Völker ist. Sie drückt sich aus durch Minenspiel, Augenzwinkern, durch Gestikulation und den Klang der Stimme, woran man die seelische Stimmung beim Streben, Besitzen, Verwerfen oder Vermeiden von Dingen erkennt. So verband ich allmählich die in verschiedenen Sätzen an ihren Stellen gebrauchten und häufig gehörten Wörter mit den Dingen, die sie bezeichneten. Mit dem an diese Dinge gewöhnten Mund konnte ich dann meine Wünsche ausdrücken. So war ich mit meiner Umgebung durch einen Austausch von Zeichen verbunden, die den gegenseitigen Willen ausdrückten. Und tiefer hinein schritt ich in die stürmische Gesellschaft des menschlichen Lebens, zunächst noch abhängig von der elterlichen Autorität und den Weisungen der Erwachsenen. 14. Gott, du mein Gott, was für ein Elend und was für einen Spott habe ich da erduldet. Man stellte dem Knaben die Lebensregel auf, den Leuten zu folgen, wenn ich in dieser Welt blühen und brillieren wollte, die mich antrieben, den Wortkünsten zu dienen, damit ich ansehen bei den Menschen und scheinbare Reichtümer gewinne. So wurde ich in die Schule gesteckt, damit ich lesen und schreiben lerne. Ich, Armer, sah nicht ein, wozu das nützlich sein sollte. Aber wenn ich träge war im Lernen, bezog ich Prügel. Die Erwachsenen fanden das sogar lobenswert. Viele vor uns hatten das gleiche Leben gehabt und uns die bitteren Wege geöffnet, die wir zu erhöhten Mühsal und Qual der Kinder Adams jetzt durchschreiten mussten. Es gab aber auch Menschen, die zu dir beteten, Herr. Von ihnen lernten wir, soweit wir konnten, dich zu erahnen, dass du ein Großer bist, der unsichtbar für unsere Sinne uns hören und uns helfen kann. So begann ich schon als Knabe zu dir zu flehen, meine Hilfe und meine Burg. Beim Gebet zu dir löste sich meine schwere Zunge und ich betete, ich, kleiner Junge, mit gar nicht kleiner Inbrunst, dass ich doch in der Schule nicht geschlagen würde. Wenn du mich zu meinem Heile nicht erhört hast, dann lachten die großen Leute über mein Elend, ja selbst meine Eltern lachten, die mir doch nichts Böses wünschten. Das war damals mein großes und bitteres Leid. 15 Gibt es denn, Herr, ein so starkes Gemüt, das dir mit gewaltiger Liebe anhängt? Gibt es denn jemanden, so frage ich, der aus treuer Anhänglichkeit an dich, denn manchmal erreicht das auch der bloße Stumpfsinn, sich so großmütig fühlt, dass er Folterbank, Eisenzangen und ähnliche Machterwerkzeuge, denen zu entgehen, jeder Mensch in der Welt mit viel Schrecken zu dir fleht, ganz gleichmütig ansieht, wobei er diejenigen liebt, die in Angst davor erschaudern? So lachten unsere Eltern über die Machter, welche die Lehrer uns Knaben zufügten. Denn nicht weniger fürchteten wir diese Machter und nicht weniger flehten wir zu dir, um ihr zu entgehen. Dennoch sündigten wir, indem wir weniger lasen oder schrieben oder auswendig lernten, als man von uns verlangte. Es fehlte mir ja nicht an Gedächtnis oder Intelligenz, Herr, die hast du mir dem Alter entsprechend reichlich gegeben. Aber mehr Spaß hatte ich am Spielen und dafür wurden wir von solchen bestraft, die selbst derlei betrieben. Aber die Gelüste der Großen werden Geschäfte genannt, wenn aber Kinder dasselbe treiben, werden sie von den Großen bestraft. Doch niemand hat Mitleid mit den Kindern, auch nicht mit den Erwachsenen, mit beiden nicht. Sollte wohl ein guter Richter solche Verhältnisse billigen? Ich wurde geschlagen, weil ich als Knabe Ball spielte und durch das Spiel abgehalten wurde, eifrig Dinge zu lernen, mit denen ich als Erwachsener viel schändlicher spielen würde. Oder tat der Mensch etwas anderes, von dem ich geschlagen wurde, wenn er von einem gelehrten Kollegen bei irgendeiner Haarspalterei besiegt wurde und dann von mir Galle und Neid gequält wurde, als ich, wenn ich von einem Mitspieler beim Ballspiel besiegt wurde? 16 Trotzdem war es Sünde von mir, Herr und Gott. Du bist der Verwalter und Schöpfer aller Dinge der Natur. Allerdings bei den Sünden bist du nur der Verwalter. Sünde war es von mir, mein Herr und mein Gott, dass ich das Gebot meiner Eltern und ihrer Lehrer übertreten habe. Denn was auch die Absicht derer gewesen sein mag, die mich diese Wissenschaft erlernen ließen, ich hätte sie später zu einem guten Zweck verwenden können. Denn nicht, weil ich das bessere Ziel gewählt hatte, war ich ungehorsam, sondern weil ich lieber spielen wollte. Ich liebte bei den Wettkämpfen die stolzen Siege und ich liebte die erfundenen Geschichten, die in meinen Ohren kitzelten, weshalb sie nur noch mehr juckten. Mit derselben Neugierde, die mir mehr und mehr aus den Augen sprangen, wurde ich vom Theater angezogen, von den Spielen der Erwachsenen. Die Theaterleute gewinnen dadurch ein hohes Ansehen, sodass sich fast alle Eltern für ihre Kinder das Gleiche wünschen. Trotzdem lassen sie ihre Kinder verprügeln, wenn sie beim Lernen durch das Theater abgelenkt werden, das doch seinerseits nach dem Wunsch der Eltern sie dahin bringen soll, einmal selbst solche Schauspiele zu geben. O Herr, sieh dies alles mit der Barmen an und befreie uns, die wir jetzt schon zu dir rufen. Befreie auch diejenigen, die noch nicht zu dir rufen, damit sie dich anrufen und du sie befreist. 17 Schon als Knabe hatte ich von einem ewigen Leben gehört, das uns durch die Demut des Herrn unseres Gottes verheißen war, der sich zu unserem Hochmut niedergebeugt hatte. Schon war ich auch mit dem Zeichen des Kreuzes bezeichnet und mit seinem Salz gewürzt worden, kaum dass ich den Schoß meiner Mutter verlassen hatte, die so viel von dir erhoffte. Du sahst, Herr, dass ich eines Tages noch als kleiner Knabe plötzlich mit heftigen Magenschmerzen fieberte und fast gestorben wäre. Du sahst, weil du schon damals mein Beschützer warst, mit welcher Leidenschaft der Seele, mit welchem Glauben ich von meiner Mutter und von unserer aller Mutter von der Kirche nach der Taufe deines Christus, meines Gottes und Herrn verlangte. Wäre ich nicht so schnell wieder gesund geworden, hätte die verstörte Mutter meines Leibes eilig dafür Sorge getragen, dass ich die heiligen Sakramente empfangen hätte und reingewaschen worden wäre, indem ich dich, den Herrn Jesus, zur Vergebung der Sünden bekannte. Denn ihr keusches Herz wollte mir durch den Glauben an dich noch lieber mein ewiges Heil gebären. Meine Reinigung wurde aufgeschoben, als ob es unvermeidlich wäre, dass ich mich noch tiefer beschmutzen müsste, wenn ich überleben sollte. Man war einfach der Meinung, dass meine Schuld größer und gefahrvoller wäre, wenn ich nach dem Taufbad in den Schlamm der Sünde zurückfallen würde. Schon damals also war ich gläubig. Auch meine Mutter war es und das ganze Haus. Nur der Vater nicht, der aber in mir nie den Vorrang der mütterlichen Frömmigkeit besiegen konnte, so dass ich etwa an Christus nicht geglaubt hätte, weil er noch nicht an ihn glaubte. Denn die Mutter ersehnte von Herzen, dass du mir zu einem Vater würdest, mein Gott, mehr noch als dieser. Dabei hast du ihr geholfen, ihren Mann zu übertreffen, dem sie deshalb besser diente, weil sie da bei dir diente, der du es so angeordnet hast. 18 Ich bitte dich, mein Gott, ich möchte, wenn du es auch möchtest, verstehen, weshalb meine Taufe damals verschoben wurde. War es zu meinem Vorteil oder nicht, dass mir der Zügel zur Sünde gelockert wurde? Warum tönt es mir noch immer bei uns von den Leuten da oder dort in den Ohren? Lass ihn doch, er ist ja noch nicht getauft. Man sagt doch auch nicht, wenn es um das Heil des Körpers geht, lass ihn ruhig sich noch weiter verwunden, er ist ja noch nicht geheilt. Wie viel besser, wenn ich rasch geheilt worden wäre, wenn ich und meine Angehörigen dafür gesorgt hätten, das einmal empfangene Heil meiner Seele sicher unter deine Sicherheit zu stellen, da du es gegeben hast. Ja, wirklich besser, aber welche und wie viele Fluten von Versuchungen dem Heranwachsenden drohten, das wusste meine Mutter. Deshalb wollte sie lieber den Erdenstoff daran geben, aus dem ich später gebildet werden sollte, als das Urbild selbst. 19 In der Knabenzeit, die man für mich weniger fürchtete als die Jugendzeit, liebte ich das Lernen nicht. Ich hasste es, dazu gezwungen zu sein. Trotzdem zwang man mich und es geschah mir Gutes dabei, obwohl ich selber nichts Gutes dabei tat. Denn gelernt hätte ich nichts, wenn ich nicht dazu gezwungen worden wäre. Keiner tut aber mit Widerwillen etwas Gutes, selbst wenn die Tat gut ist. Auch die mich zwangen, taten nichts Gutes. Von dir aber, mein Gott, geschah mir Gutes. Denn sie schauten, als sie mich zum Lernen zwangen, bloß darauf, wie ich satt werden sollte, in der unersättlichen Gier, nach armseligem Reichtum und ehrlosem Ruhm. Du aber, bei dem sogar unsere Haare gezählt sind, hast den Irrtum der Menschen, die mich zum Lernen zwangen, zu meinem Vorteil und meinen Irrtum, das ich nicht lernen wollte, zu meiner Strafe benutzt. Die hatte ich verdient, ich halbstarker Knabe und starker Sünder. So hast du mir durch jene, die mir nichts Gutes taten, Gutes getan und mir selber durch mich, da ich sündigte, mit gerechter Strafe vergolten. Denn wie du es angeordnet hast, so geschieht es. Jeder ungeordnete Geist ist sich selbst die eigene Strafe. 20. Was aber der Grund war, weshalb ich das Griechische hasste, dass man dem kleinen Jungen einflößte, ist mir noch jetzt nicht ganz klar. Latein mochte ich gern, nicht das meiner ersten Lehrer, aber das der späteren, die man Grammatiker nennt. Die Anfangsgründe, mit denen man lesen, schreiben, rechnen lernt, erschienen mir nicht weniger lästig und qualvoll als das Griechische. Woher aber kam mir das, wenn nicht aus der Sünde und der Lehre des Lebens, in dem ich Fleisch war und dahinfahrender, nicht wiederkehrender Windhauch? Denn dieser Anfangsunterricht, die Grundlage für meine Fähigkeit, jede Schrift zu lesen, die mir in die Hände fällt und alles zu schreiben, was ich will, war besser, weil solider, als der spätere Unterricht, der mich zwang, mir die Irrfahrten eines gewissen Ernähers einzuprägen und darüber meine eigenen Irrfahrten zu vergessen, den Tod der Dido zu beweinen, die sich aus Liebe umbrachte, während ich elender, trockenen Auges mir selber zusah, wie ich von dir wegstarb, du Gott, mein Leben. 21. Denn was ist erbärmlicher als ein armer Kerl, der sich selbst nicht bemitleidet, der den Tod, der Dido um des Ernähers willen beweint, den eigenen Tod aber nicht, den er erleidet, weil er dich nicht liebt, Gott, du Licht meines Herzens und Brot des inneren Mundes in meiner Seele, du Zeugungskraft, die meinen Geist und den Schoß meines Sinnens befruchtet. Ich liebte dich damals nicht und ich hurte weg von dir und dem Hurer klang es von allen Seiten zu Recht so, Recht so, denn Freundschaft mit dieser Welt ist Buhlerei weg von dir und Recht so, Recht so wird gerufen, damit es als Schande gelte, wenn einer anders ist. Aber nicht darüber weinte ich, sondern über die Dido, die Entseelte, die mit dem Schwert sich selber ein letztes Schicksal bereitete, während ich selber dich verließ und mich an das Ende der Schöpfung als Staub in den Staub bettete. Hätte man mir solches zu lesen verboten, es hätte mich geschmerzt, nicht lesen zu dürfen, was mich schmerzte. Solche Torheit gilt für edler und fruchtbarer als der erste Unterricht im Lesen und Schreiben. 22 Doch jetzt soll in meiner Seele Gottes Stimme erschallen und deine Weisheit mir versichern, nein, so ist es gewiss nicht. Besser durchaus ist der erste Unterricht, schließlich bin ich doch jetzt viel eher bereit, die Irrfahrten des Ernährs und ähnliches zu vergessen als Lesen und Schreiben. Schleier hängen über den Schwellen der Grammatiker Schulen, doch bezeichnen sie weniger die Würde heiliger Geheimnisse als einen Deckmantel des Irrtums. Gegen mich brauchen sie sich nicht mehr zu empören, denn ich fürchte sie nicht länger, während ich dir, mein Gott, bekenne, was meine Seele erstrebt. Um deine guten Wege zu lieben, finde ich meine Ruhe im Verurteilen meiner verkehrten Wege. Somit sollen sie nicht gegen mich bellen, die Verkäufer und Käufer von Literatur, denn würde ich sie fragen, ist es wirklich wahr, dass Enäas dem Dichter gemäß einst nach Carthago kam? Würden die Ungelehrten erwidern, sie wüssten es nicht, die Gelehrten aber, es sei nicht wahr. Würde ich sie aber fragen, wie man den Namen Enäas schreibt, so gäbe mir alle, die es gelernt haben, die richtige Auskunft gemäß dem Pakt der Übereinstimmung, wonach die Menschen diese Zeichen unter sich festgesetzt haben? Und würde ich sie fragen, welches der ärgere Schaden im Leben wäre, das Lesen und Schreiben zu vergessen oder die Dichter Fabeln, wüsste nicht jeder, der seinen eigenen Verstand nicht verloren hat, sofort die Antwort? Ich sündigte also, da ich als Knabe das Nichtige dem nützlichen Vorzug, ja, das Nützliche sogar hasste und das Nichtige liebte. Schon war mir das Eins und Eins sind Zwei, das Zwei und Zwei sind Vier zur verhassten Leier geworden, ein wonniges Schauspiel der Fantasie dagegen, das hölzerne Pferd voll bewaffnete, der Brand Trojas und der traurige Schatten der 23 Wieso also hasste ich die griechische Literatur, die doch ähnliche Dinge erzählt? Homer versteht es ja auch solche Fabeln zu dichten. Auf süße Art ist er eitel und doch schmeckte er mir als Knabe so bitter. Für Griechenkinder wird es vermutlich mit Vergil nicht anders sein, wenn man sie zwingt ihn zu lernen, wie man mich zum Homer zwang. Natürlich mischte die Schwierigkeit eine Fremdsprache zu lernen, galle in all den Zauber der griechischen Dichtung. Ich verstand kein Wort, aber man hielt mich mit grausamen Drohungen und Strafen gewaltsam an, es zu lernen. Allerdings als Kleinkind hatte ich noch kein lateinisches Wort gekannt, aber ich passte auf und lernte das Latein Furcht und schmerzlos unter den Schmeichelworten der Ammen und den fröhlichen Scherzen meiner Umgebung, die mit mir lachten und spielten. Ich lernte sie ohne die Strafandrohung drängender Pauke. Mein eigenes Herz drängte, das Vernommene aus sich selbst zu gebären und solche Geburt erfolgte nur, weil ich schon einige Worte gelernt hatte, nicht von Lehrern, sondern einfach von Redenden, in deren Ohren hinein ich wieder gebären wollte, was immer ich dachte und fühlte. Daraus wird hinreichend klar, dass freie Wissbegierde für das Lernen wirksamer ist als Drohung und Nötigung. Aber die Nötigung setzt dem freien Fluss der Wissbegierde durch deine Gesetze auch eine Grenze Gott, durch deine Gesetze, die von den Ruten der Lehrer bis zu der Folter der Märtyrer heilsames und Bitteres einzumischen verstehen, um uns von der verderblichen Lust, die uns von dir entfernt hat, heimzurufen zu dir. 24 Erhöre, Herr, mein Flehen, damit meine Seele unter deiner Zucht nicht ermüdet und nicht nachlässt, dir dein Erbarmen zu bekennen, womit du mich von all meinen üblen Wegen zurückgeholt hast. Sei mir nachgelaufen bin. Lass mich dich lieben aus ganzer Seele, deine Hand küssen aus tiefstem Herzen, damit du mich bis ans Ende aus allen Versuchungen befreist. Denn du, Herr, bist mein König und mein Gott. Dir möge alles dienen, was ich als Knabe Nutzvolles gelernt habe. Ob ich rede, schreibe, lese, rechne, all das soll in deinen Diensten stehen. Denn als ich Eitles lernte, nahmst du mich in Zucht und meine sündige Lust an die Nichtigkeiten hast du mir verziehen. Denn auch in ihnen lernte ich manche nützliche Worte. Diese hätten allerdings auch mit weniger Eitelkeit gelernt werden können. Das wäre der sichere Weg, auf dem die Knaben gehen sollten. 25 Dir aber Strom des menschlichen Treibens wehe dir. Wer wird dir widerstehen? Willst du nicht endlich versiegen? Wie lange wälzt du noch die Kinder Evas ins weite schaurige Meer, dass selbst diejenigen nur mit Mühe durchqueren, die das Holz des Kreuzes bestiegen haben? Trieb ich nicht in dir, als ich von Jupiter dem Donnerer und Ehebrecher las? Als hätte er beides zugleich sein können, aber so wurde er dargestellt, damit er entschuldigt sei, einen echten Ehebruch nachzuahmen mit Theater Donner zu höherem Reiz. Hört aber auch nur einer dieser Herren im Gelehrten Talar mit nüchternem Ohr auf den Mann, der aus dem gleichen Staube ist wie er und ruft, solches erdichtete Homer, indem er Menschliches auf die Götter übertrug, hätte er doch lieber Göttliches auf uns Menschen übertragen. Richtiger müsste man sagen, Homer hat solches erdichtet, indem er lasterhaften Menschen Göttliches beigelegt hat, damit man das Schändliche nicht für schändlich halte und jeder, der solches begeht, nicht verkommene Menschen, sondern himmlische Götter nachzuahmen, sich schmeicheln kann. 26 Und doch, du Höllenstrom der Gewohnheit, man wirft Menschenkinder in deine Fluten und Schulgeld noch dazu, damit sie das lernen. Welch große Sache macht man sogar daraus, wenn das Ganze öffentlich auf dem Marktplatz geschieht, unter den Augen des Gesetzes, das den Lehrern über das Schulgeld hinaus ein Extragehalt bestimmt. Höllenstrom, du schlägst an deine Uferfelsen und rauscht uns zu. Hier lernt man Worte, hier erwirbt man sich Beretsamkeit, ganz unentbehrlich, um Leute zu beschwatzen und Sätze umzudrehen. Hätten wir wirklich nirgends sonst solche Worte lernen können wie goldener Regen, Schoß, Betrug, Himmelstempel, die bei Terenz stehen, musste der Dichter dazu seinen verdorbenen Jüngling auf die Bühne schicken, der sich Jupiter zum Vorbild der Unzucht nimmt, indem er ein Wandgemälde betrachtet, auf dem der Gott dargestellt ist, wie er einen goldenen Regen in den Schoß der Danäe sich ergießen lässt und so die Frau täuscht? Nun sieh, wie der Jüngling sich zur Wollust reizt, gleichsam unter himmlischer Belehrung. Ein Gott tat es, sagt er, und welch ein Gott, er, der Donnern des Himmels weite Tempel erbeben lässt, und ich, armes Menschlein, sollte es ihm nicht nachmachen, ich habe es getan, und ich tat es mit Freuden. Nein, und nochmals nein, man lernt die Worte nicht leichter aufgrund dieser Schandtat, aber durch diese Worte wird die Schandtat unverblümter begangen. Nicht die Worte klage ich an, sie sind der lesene und kostbare Gefäße, sondern den Wein des Irrtums, den uns betrunkene Lehrer damit eingegossen haben. Und wenn wir ihn nicht trinken wollten, so wurden wir dafür geprügelt, ohne, dass wir bei einem verständigen Schiedsrichter dagegen Berufung einlegen durften. Dennoch, mein Gott, vor dem ich diese gefahrlos gewordenen Erinnerungen ausbreite, ich habe dergleichen gerne gelernt. Ich hatte, ich Elende, meine Freude daran, und ich wurde deshalb ein hoffnungsvoller Knabe genannt. 27 Lass mich, mein Gott, noch ein Wort über meine Begabung verdieren, dein Geschenk. An welche Albernheiten habe ich sie nicht vergeudet? Man stellte mir Aufgaben, die mich stark in Unruhe versetzten, weil sie Lob und Ehre versprachen, oder aber Schrecken und Furcht. Ich sollte etwa Juno in ihrer Wut und Trauer auftreten lassen, nachdem sie den König der Troja nicht von Italien hatte fernhalten können. Ich wusste wohl, dass Juno solche Worte nie gesprochen hatte, aber man zwang uns Schüler, auf der Fährte dichterischer Erfindungen zu torkeln und in Prosa wiederzugeben, was der Dichter in Versen gesprochen hatte. Der erntete am meisten Lob, welcher der beschriebenen Person ihre Würde ließ und dabei Wut und Schmerz besser ins Licht zu setzen wusste, indem er ihre Stimmung in passende Worte kleidete. Was hatte ich davon, o du mein wahres Leben, mein Gott, dass ich durch meinen Vortrag mehr Beifall fand, als viele meine Altersgenossen und Mitschüler? War dies nicht alles Rauch und Wind? Gab es keinen anderen Gegenstand, um daran Geist und Zunge zu üben? Dein Lob, Herr, dein Lob, wie deine Schriften es verkünden, hätten das Spalier für die schwachen Zweige meines Herzens bilden sollen, dann wäre sie nicht umhergezerrt worden von Nichtigkeiten, eine schändliche Beute der Luftgeiste. Es gibt Es gibt mehr als eine Acht, den abtrünnigen Engeln Opfer zu bringen. 28 Aber was Wunder, wenn ich mich von der Eitelkeit treiben ließ und von dir, mein Gott, hinweg nach außen ging, da mir Menschen als Vorbild aufgestellt wurden, die vor Scham vergingen, wenn sie eine beliebige Tat erzählten und sich einen Fehler gegen die Aussprache oder den Satzbau zu Schulden kommen ließen und dafür kritisiert worden. Wenn sie aber ihre Liebesgenisse mit fehlerlosen, wohlgesetzten Worten ausgiebig und gefällig zu berichten wussten, gerieten sie über das gespendete Lob außer sich. Das siehst du, Herr, und schweigst, langmütig, sehr barmherzig und wahrhaftig. Wirst du immer schweigen? Jetzt schon entreißt du solch abscheulichem Abgrund die Seele, die dich sucht und nach deinen heiligen Freuden lächst, die aus ihrer Tiefe zu dir ruft, dein Antlitz habe ich gesucht, dein Antlitz Herr will ich weitersuchen. Fern ist sie deinem Antlitz, wenn sie in finstere Leidenschaften verstrickt ist, denn nicht mit Füßen oder durch räumlichen Abstand entfernt man sich von dir oder kehrt zu dir zurück. Hat dein jüngerer Sohn im Gleichnis Pferde, Wagen oder Schiffe gebraucht oder ist er auf sichtbarem Flügel davongeeilt oder wanderte er mit bewegten Knien hinweg um im fernen Land als Verschwender zu leben und das Geld zu vergeuden das du liebreicher Vater ihm gegeben hattest liebreich weil du es ihm beim Abschied gegeben hast liebreicher noch für den Arm und Elend Wiederkehrenden nein Leben in der Lüsternheit heißt Leben in der Finsternis nämlich fern von deinem Angesicht 29 Sieh Herr mein Gott sieh es dir an in der Geduld deines Blickes wie sorgfältig die Menschen die von ihren Vorfahren übernommenen Stil und Grammatik Regeln befolgen befolgen während sie die von dir erhaltenen Regeln für das ewige Heil umstoßen es würde einer der die alten Laut Regeln kennt oder lehrt und entgegen der Übereinkunft die erste Silbe von Homo Mensch ohne Hauchlaut ausspricht den Menschen mehr missfallen als wenn er deinen Geboten zuwider einen Menschen hasst obwohl er doch selber ein Mensch ist als könnte der schlimmste Feind einem schädlicher sein als der Hass den man gegen ihn hegt als wären die Wunden die man bei der Verfolgung ihm schlagen kann tiefer als die durch solche Feindschaft dem eigenen Herzen zugefügten Kenntnis der Literatur sitzt dem Herzen nicht so tief wie die Schrift des Gewissens die uns verbietet anderen zu tun was wir selbst nicht erleiden wollen wie bist du verborgen der du schweigend in den Höhen wohnst einzig großer Gott mit unermüdlichem Gesetz streust du als Strafe Blindheit über unerlaubte Begierden dort geht ein nach dem Ruhm der Beretsamkeit hungrig gierender Mensch umher umgeben von einer Menschenmenge angesichts seines Menschenrichters verfolgt er mit rasendem Hass seinen Feind aber um jeden Preis hütet er sich dass seiner Zunge kein Inter Omines entgleitet während ihn die Tatsache dass seine Geisteswut einen Menschen aus der Menschheit wegfegt nicht weiter kümmert 30 leben. Denn ich sah den Abgrund der Schändlichkeit nicht, in den ich von deinem Antlitz weggeschleudert worden war. Gab es vor dir etwas Hassenswerteres als mich, da ich anfing, selbst den Lehrern, Erziehern und Eltern zu missfallen, mit unzähligen Lügen wegen meiner Spielwut, meiner Sucht erbärmliche Komödien anzusehen und meiner erregten Lust, ihre Lächerlichkeit nachzuahmen? Denn auch beging ich Diebstähle im Keller und am Tisch meiner Eltern, sei es um meiner Gaumenlust zu frönen, sei es um damit meine Spielgenossen zu beschenken, die sich an meinem Spiel nicht wenig freuten, sich dann aber dennoch dafür bezahlen ließen. Ferner erschlich ich mir beim Spiel, von Begierde nach eitlem Ruhm besiegt, durch Betrug den Sieg. Dabei war mir nichts verhasster und nichts verurteilte ich schärfer, als wenn ich andere bei dem ertappte, was ich selbst ihnen antat. Wenn ich aber selbst ertappt wurde, tobte ich lieber vor Wut, als dass ich es zugegeben hätte. Ist das Kindesunschuld? Nein, Herr, nein, sie ist es nicht, mein Gott, nicht wahr? Ob es um Erzieher und Lehrer, um Nüsse, Bälle und Spatzen ging, oder später um Stadthalter und Könige, um Gold, Grundstücke und Sklaven, der Unterschied ist gering. Ein Alter löst das andere ab, so wie die Route schlimmeren Strafen Platz macht. Die Sache ist stets die gleiche. Nur auf die Demut, die in der Gestalt des Kindes ihr Sinnbild hat, hast du unser König lobend hingewiesen, als du gesagt hast, für solche ist das Himmelreich. 31. Dennoch sei dir, Herr Erhabenster, bester Schöpfer und Lenker des Alls, unserem Gott, Dank gesagt, selbst wenn ich nach deinem Willen die Knabenzeit nicht überlebt hätte. Denn ich war ja da. Ich lebte und fühlte auch damals schon, besorgte meine Unversehrtheit, die Spur dieser allergeheimsten Einheit, der ich entstammte. Ich überwachte dank meines inneren Sinnes das Wohlsein meiner äußeren Sinne, und schon in den kleinen Dingen und meinen unwichtigen Überlegungen freute ich mich an der Wahrheit. Getäuscht werden wollte ich nicht. Mein Gedächtnis war gut, im Sprechen war ich geschult, Freundschaft tat mir wohl. Dem Schmerz, der Demütigung, dem Unwissen suchte ich zu entkommen. Was wäre an solch einem Lebewesen nicht Lob und bewunderungswürdig gewesen? Aber dies alles ist meines Gottes Geschenk, nicht ich habe es mir gegeben. Gut war das alles, und alles das war ich. Gott also ist es, der mich schuf, er selbst ist mein Gut, und zu ihm hin verlockte ich mit all dem Guten, dank dessen ich schon dieser Knabe war. Meine Sünde lag darin, dass ich Freude, Erhebung, Wahrheit nicht in ihm, sondern in seinen Geschöpfen, in mir und den anderen suchte, und so in Schmerz, Verwirrung und Irrtum versank. Dank sei dir, du mein Gott, meine Wonne, mein Stolz und meine Hoffnung, Dank für deine Gaben, du hast sie mir aufbewahrt. Und so hast du mich selbst aufbewahrt. Alles damals Gewährte wird wachsen und sich vollenden, und ich selber werde mit dir sein, denn auch das Ich Bin ist dein Geschenk.